Hallo und herzlich Willkommen zu der nächsten Folge von Slime Rancher. Also ich habe während der Zwischenfolge ein bisschen Geld gesammelt. Ich habe 1200 und ich habe hier schon ein bisschen verwässert. Hier und hier. Und wir haben mehr Goffel. Jetzt haben wir genug Geld für die Grotte. Hier haben wir noch mehr Gehege. Hier könnt ihr einfach es lesen. Ähm, warum ist das hier versperrt? Okay. Geht es denn noch mehr weiter? Was hier? Ah. Hier ist der Teleporter. Ah. Cool. Was wir auch machen können, da habe ich auch schon drüber nachgedacht. Aber ich glaube, ich brauche größere. Ich brauche größere Plätze. Tankbus 2. Energie Modul 2, gerne. Master Tank, auch gerne. 4. So geht das alles. Bei 4 geht es noch. Hm. Das sind zu viele. 1, 2, 3, 4. 4 geht. Das ist bei 5. Am 5. Am 5. haben die keinen Bock mehr. Okay. 1, 2, 3, 4. Was passiert mit denen? Sterben die? Eigentlich? Okay. So produzieren die, glaube ich, Zeug. Ihr kriegt alle einen Fützlein. Mit Slime. Ich hoffe einfach, dass hier nichts passiert. Ich hoffe einfach, dass hier nichts passiert. iyim. Es ist nur ganz, zeker clairement drin und von dauernd von total früh live herrsinnut!! Part 2, 3, 4. Ah, die kriegen wir nicht so einfach. 1, 2, 3, 4, für 6, 7, 8! 1,2,3,4,5,6,7,1,8,9 Braucht ihr das überhaupt? Eigentlich, wir haben genug Geld, dass wir dieses Gebiet kaufen können. Hm. Was ist denn da drüben? Ich dachte, das wäre zu gesperrt. Ist es aber doch nicht. Hier haben wir einen Katzen, den zweiten. Und wir haben einen Ball. Ich hoffe, die nehmen den Ball an. Pink Slime. Pink. Ah, das war eine Notiz. Da könnt ihr gerne reinlässt. Ja, Huhn. Kommt's auch da hinten. Also ich würde sagen, herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bewertet das Video, abonniert den Kanal, wenn euch das Video gefallen hat. Drückt die Glocke, wenn ihr keine Videos mal verpassen wollt. Und schaut auf unserem Discord-Server vorbei. Dann auf Wiedersehen. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020